Okay, Leute, wir machen weiter. Hier bei Indiana Jones und der letzte Kreuzflug. Immer noch mit dem Teilzeit-Mexikaner. Bei den Marzis sind wir. Bei den Marzis, ja. Ich hab Angst, das Wort zu benutzen. Oh, hier waren wir schon, ne? Hier waren wir schon beim letzten Mal. Ja, ist schon ewig her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Echt? Oh, drei Jahre! Mindestens. So, wir gehen weiter gucken. Das hat sich viel getan. Ben ist der erfolgreichste auf YouTube. Oh Gott, weiß, wie lange ich jetzt warten muss, bis ich dieses Video hochladen kann. Stopp, 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 geht da halten! Okay, das ist scheißegal. Sind sie im offiziellen Auftrag hier? Willst du nicht deine Lederjacke verkaufen für 15 Mal? Äh, ja, die gibt ihr bestimmt eh nicht weg. Mach mal, guck mal, geh mal das oberste Mal, nimm mal. Ich verkaufe wohl nicht Lederjacken. Was? Wer hat sie hier reingelassen? Okay, schade. Ähm, ich ging einfach rein, da war niemand an der Tür. Ich habe einen Fassierschein. Ja, ja. Ja, dann würde ich den bestimmt sehen. Einfach anlügen. Ich kaufe Ihnen weder die Jacke noch die Geschichte ab. Scheiße. Vielleicht kauft er uns ja unsere Faust ab. Gut, dann lassen wir mich doch etwas umsonst geben. Ha, schön. Pass auf, Überraschungsangriff, pass auf jetzt. Zack. Schöne, ey, Uppercut. Ja, es ist echt schwer, finde ich. Ich weiß auch nie, wann er boxt. Also, es gibt bestimmt Craigs, die das schaffen. Ja, super. Die das schaffen, alles hier umzuboxen, ohne dabei selbst drauf zu gehen. Aber irgendwie, ich schaffe das nicht. Finde ich schade. Ey, hau mir doch nicht immer ins Gesicht. Aber ich glaube, ich mache mich besser als beim Ersten. Kann das sein? Ja, ich glaube, du darfst, du musst halt gucken, dass das Gelbe fühlt sich ja mal wieder auf. Dass er dann halt immer, dass das Gelbe bleibt. Okay. Gut. Ähm, da rein war, ach genau, die Kerbe, die wir wieder machen müssen. Genau. Drücke Rüstung. Was hängt denn da oben für ein Bild? Ja, äh. Was ist das denn? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, aber der kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Ja, echt? Hey, hallo. Ich sehe nichts Besonderes. Du sollst auch nicht in den Kamin gehen. Du sollst das Bild angucken. Kann der, glaube ich, nicht. Was ist? Mach mal, was ist. Nee. Nee, nee, nee. Ich will einfach nicht. Das ist eh ein ganz unbekannter Mensch, glaube ich. Ich glaube, das kennt eh keiner. Vielleicht egal, vielleicht egal. Hängt einfach so da. Ja. Ähm, hier war die Uniform. Nimm die Diener-Uniform. Die Umkleidesequenz vom schlechten Praktikanten. Genau. Ähm, hier die Uniform brauchen wir, aber dafür brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Richtig. Krimel irgendwoher. Bitte? Krimel irgendwoher. Das stimmt. Okay, hier gibt es auch nichts zu tun. Wir müssen nach oben. Äh, ich glaube beim letzten... Vielleicht kommen wir jetzt an ihm vorbei hier. Beim letzten Mal hatten wir nämlich noch nicht... Hätten ihn gesagt, sie könnten hier herumlaufen. Beim letzten Mal haben wir nämlich auch mit ihm gekämpft. Ja. Da hatten wir noch nicht die Diener-Uniform. Eine Ihrer Kollegen habe ich hierher geschickt. Entschuldigung. Ah ja, nimm das obere mal. Ich bin neu hier. Nee, das kauft ja keiner ab. Eine Ihrer Kollegen. Jetzt sind ja bestimmte Namen... Tatsächlich? Was sollen Sie denn hier... Ich soll ein paar Stiefel zum Polieren abholen? Wo hat er die Stiefel hingestellt? Auf den Fußboden? Ich nimm... Nimm was... Ja. Im zweiten Stock der Soldatschiebwache. Zweiter Stock? Wo ist er stationiert? Oh Mann, ey! Was will der? Gott, ist der Kleinkarrer hat... In der Küche... Er ist auf Wache, genau wie sie... Ja. Das klingt auch... Gut. Ich glaube, das kann stimmen. Gehen Sie weiter. Ja, das meinte ich damit, ähm... Wir müssen nicht zwingend kämpfen. Und das hat uns jetzt halt die... Uniform ermöglicht. Zu dieser Option kamen wir beim letzten Mal gar nicht, weil wir direkt von beiden auf einem angegriffen wurden. Moment, hier war der eine Dings drinnen, ne? Ja. Soll ich da nochmal reingehen? Weiß ich nicht. Ich geh erstmal... Ich geh erstmal... Ja. Genau. Das hier haben wir die Wache so schön gelogen. Hier würde ich sehr oft speichern im Schloss, weil du hier sehr leicht sterben kannst. Ja, das lässt sich leider nicht verhindern. Ey, war der hier überhaupt? Würden wir ja nicht. Nee, dann nicht. Irgendwann kannst du öffnen, oder? Ja, ich glaube auch. Genau. Ich glaube, er ist im dritten... Also ganz oben im Stoff, wo auch... Wo Henry... Also... Das erinnert mich an... Henry hätte goldene Kette. Arnold! Kenn ich nicht. Nein, du kannst nicht... Ach so. Ach, hier war das. 50 Mark, Mann. Ja, guck mal. Wenn wir... Da wir... Da wir... Den Typ uns nicht umgeboxt haben, fehlen uns 15 Mark. Ja, stimmt. Aber da haben wir jetzt 50. Ein Diener hier? Halt mal! Sie sind kein Diener. Der haut dich ja nur fort. Ja, deshalb boxe ich den jetzt einfach um. Ey, er boxt um einige stärker als sein Kollege unten. Ich weiß nicht, ob das... Ey... Je höher du kommst, ist so krasser halt. Ah, ich glaube, ich hab's gerade durchschaut. Ey, hör mal auf. Hallo, ey, wie schlag... Wie stark ist er denn bitte? Ja, er hat weiße Haare. Natürlich ist das so ein alter Gereist, der mich einfach mal... Ich hab 20 Mark gefunden. Ein alter Gereist, weißt du, er hat schon graue Haare, aber er boxt Indiana Jones einfach um. Der nie in seinem Leben geboxt hat. Selbstverständlich. Gibt das Sinn? Ich denke nicht. Interessiert das hier irgendwen? Ich denke auch nicht. Ich weiß es nicht. Das weiß ich. Ah, hier war das, oder? Ne. Ne, ne. Ja, der schläft immer noch. Wo geht's hier lang? Ähm, okay. Ich hab... Also, beim Schloss bin ich wirklich selber auch sehr ratlos, weil... Die Tür ist abgeschlossen. Hm. Ähm, hallo? Scheiße, ey. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Hier ist Sperrgebiet. Diener haben keinen Zutritt. Ja, vielleicht kann ich nochmal raus. Ja, echt? Weiß du das Ende? Ich zeig dir deinen Platz. Ja, das ist ja echt nett. Von, äh, den Soldaten, weißt du? Wenn Diener versehentlich da hinkommt... Ja, ich zeig dir deinen Platz, weißt du? Dann wirst du einfach umgebrochen. Ich krieg ihn nicht tot, Mann. Ja, das ist vorbei. Hey, äh, hallo, hallo! Ja, komm, fick dich, Mann. Ey, ohne Scheiß. Was willst du denn da machen? Du kannst doch machen... Ich kann es nicht. Ja, ja, Kunstwerke putzen. Fick dich mit deinen Kunstwerke putzen, Mann. Kannst du dir sonst wo hinschieben, deine Kunstwerke? Alter, ey, das kann doch nicht wahr sein. Du brauchst so eine super Uniform. Ja, genau, das ist... Ja, super. Ja! Willst du mich jetzt auch noch verarschen? So, naja, ich geb dir Halt. Ja, gut, hier kommen wir hier raus, alles klar. Ich würde gerne... Warum, ich halte mich nicht gesehen. Nee, nee. Ja, ich muss den unboxen, oder? Äh, ich glaube schon, oder? Ja, ist egal. Und was haben Sie hier zu suchen? Ja, ich glaube schon. Äh, ich suche... Ich hole einen Besen, Mann. Der glaubt mir eh keinen... Ich erkenne sie nicht. Und die Uniform ist zu klein. Nein, die ist nur eingelaufen. In der Wäsche. Genau. Ähm, aber ich habe in letzter Woche Frühstück serviert. Ich hab die vom Klaus... Ja, Mann, ich hab die vom Klaus geborgt. Echt, ey. Vielleicht in dieser Klaus. Das ist sehr verdächtig. Wie, der kennt Klaus nicht. Wie, Klaus kennt jedermann. Sagte ich Klaus, ich meinte Klaus. Sehr groß, schwarze Haare. Ach, Sie meinen Ding? Sie, den gibt es hier nicht. Sie sind in die Falle gelaufen. Ich wette, beim anderen hätte er auch gesagt. Den gibt es hier nicht. Ja, ja, komm. Noch nicht ganz. Ich liebe diese Dialoge. Ja, es gibt... Das meinte ich ganz am Anfang, als wir das Let's Play angefangen haben. Es gibt hier so viele Kampfeinlagen, ey. Ich glaube, du musst halt recht häufig blocken. Aber ich kann das so schnell nicht machen. Ihr seht das selber. Guck mal, ich boxe ihn einfach immer weiter in die Fresse. Aber... Ja, ich kann nichts mehr machen. Sobald der nächste Gegner kommt, bin ich am Arsch. Richtig. Ja, nichts zu finden. Das hat sich wenigstens gelohnt, ihn umzuboxen. Boah, Mann, ey. Wenn man wenigstens irgendwie die HP auffüllen könnte. Die HP, sag ich schon. Was ist denn hier? Hunde, die pokern, klar. Wohin, das ist ein Bild, ey. Kannst du... Das ist ja nicht ein Geheimgang irgendwie? Weiß ich nicht. Wo war das? Hm, 14. Jahrhunderts Georgian Lukasian. Schön, wir sind einfach mal selbst da. Guck mal, das Bild da. Schau es mal an. Hunde beim Pokerspiel. Dad hat mal eine Kopie davon auf seinem Flohmarkt gekauft. Auf einem Flohmarkt. Kannst du das abnehmen, den Wandteppich? Das Bild bewegt sich nicht. Vielleicht kann ich es ziehen. Nee. Okay. So dumm, ey. Das ist so unnötig hier. Echt. Sobald ich einfach über den Weg laufe, bin ich am Arsch. Ach so, wir sind hier in dem Kunstmuseum. In dem Atelier. Möchte ich es schon fast nennen. So, hier gibt es, glaube ich, irgendwas zu holen, oder? Wo war hier der Geheimgang? Irgendwo gab es noch einen Geheimgang. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich meine, hier wäre irgendwas. Schaue. Seashore von Marc Ferrari. Sieht wie eine Mahl-Natal-Monaliese aus. Stimmt. Ein Berg in den Schweizer Alpen. Schaue. Vielleicht ist irgendwo eine Plakette. Ja. Schaue. Plakette. Citrouvet, envoyé, la à la Louvre, poste paille. Hm. Sollte ich auch gerade sagen. Ich habe zwar keine Ahnung, was der Typ da erzählt, aber ist egal. Schaue, Gemelle. Ich habe... Das ist Schloss Brunwald. Kann ich das mitnehmen? Ich sollte es nicht bewegen. Es ist offensichtlich wertvoll und ich will es nicht beschädigen. Klar. Irgendjemand kann es, glaube ich, mitnehmen, oder? Das weiß ich auch nicht mehr. Sieht wie ein paar Monster aus einem billigen Science-Fiction-Comic aus. Ja, ich dachte es eigentlich auch, aber irgendwie vielleicht scheinbar doch nicht. Das ist Sonntag im Park von George Soirath. Schaue... Das ist Kunst? Sieht eher wie Putzlappen. Hä? Hm. Ja. Wahrscheinlich nimmt der gar nichts mit, oder? Hm. Ich will mir nicht die Hände voll schmieren. Du bist ein Krieg, Junge. Das interessiert nicht, was du willst. Ja. Ich glaube, hier gäbe es nichts. Nein. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass es ja... ... vielleicht mal was Sinnvolles gibt, aber nö, scheinbar nicht. Das halten die Entwickler ja nicht für nötig. Wäre ja auch sinnvoll, mal einen Raum einzubauen, der was zu tun hätte. Besonders, weil du da jetzt gar nichts... ...dich boxen müsstest. So, hier gehe ich jetzt noch nicht rein. Ich gehe jetzt da rein. Was ist denn da unten? Ja, gucke ich jetzt. Ich weiß nicht, was da war. Wie, wie, wie? Wieso ruft der Halt, Halt? Geht's ja auch noch weiter. Warte, dann gehen wir da rein. Alles klar, super. Das heißt, wenn ich jetzt von der Wache erwischt werde... ... bin ich K.O. ... und darf wieder alles von vorne machen. Geh mal, äh... ... du kannst doch die Treppe runtergehen, oder? Hä? Ja, da kommen wir her. Ich verstehe Halt, Halt. Ich weiß es nicht. Öffne. Das war nicht die 50 Mark Kiste. Nee. Nee. Ich nehme sie mit. Benutze. Uniform. Die ist mir eher super. Aber schau die mal an. Ich glaube, da war der Schlüssel für unten. Das ist ein Offiziersuniform, aber die ist mir viel zu klein. Warte. Warte. Da ist etwas tief in der Tasche. Ein Schlüssel. Ja, du hast recht. Cool. Ich werfe die Uniform weg und behalte den Schlüssel. Jetzt muss wieder runtergehen. Erst mal andere Uniform. Mache ich auch direkt. Aber dass ich erst, wenn ich gespeichert habe. Sorry, Leute, aber ihr seht das selbst hier. Schlüsselitem. Ha, ha, ha. Sehr komisch. Verstehst du? Schlüsselitem? Ach, ich sag besser. Ah, stopp, 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 stopp. Ich renne um dein Leben, Mann. Moment, ich muss hier reingehen. Dann gehe ich wieder raus. Oh! Die sind schlau. Rennen um dein verficktes Leben. Oh, komm, Mann. Sie sollten nicht herumlaufen. Jemand ist im Schloss eingedrungen. Ja, du bist dick, du bist dumm. Oh, oh, okay. Also, ich habe jetzt nicht die Dicken beleidigt, aber... Wie kann ich nicht einfach okay sagen? Stopp. Diese Uniform... Ja, das war's. Sie sind der Andringling. Ich wollte nicht sagen, dass... Ja, super. Ey, guckt euch mal meine Energie an. Wie soll ich dir denn... Das war's, Mann. Vorbei. Ja, tschüss. Zack. Laden. Schlüssel. Ha, ha, ha. Ey. Ja, genau. Stopp, stopp, stopp. Geh einfach da vorne in die Tür hoch. In die obere Tür da. Oder du rennst. Ja, ich versuch zu rennen. Ey, er ist schneller als ich wegen dieser verfickten Uniform. Ich kann schon wieder laden. Das war schon wieder. Ja, lad. Und du musst einfach gleich in die erste Tür, die da oben ist, reingehen. Dann kannst du nämlich eine Treppe nach unten gehen. Echt? Ja, war doch da. Da war doch einer. Wo meinst du? Hier? Ja, aber da muss ich aber auch an dem Kämpfer vorbei, oder nicht? Keine Ahnung. Ich geh mal gucken. Ich meine, da wäre auch ein Typ, gegen den ich kämpfen muss. Ja, super. Wahrscheinlich die Uniform passt gar nicht. Du merkst es wahrscheinlich auch. Na komm. Stopp, diese Uniform passt. Fuck, ey, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt hab ich ein Problem. Ja. Ja, ich dumm, ey. Weißt du, wenn diese Wache wenigstens verschwinden würde, aber nö. Hat ja gar nicht erst für nötig. Guck mal, ich bin so weit im Vorsprung, aber es bringt einfach nichts. Weil er hier einfach langsam läuft. Ja, ja. Einfach da rein jetzt in die Tür. Ja, bin ich nicht. Was war denn hier? Weiß ich nicht. Gucken. Hier war noch wohl nicht. Hm. Ich muss jetzt hier raus. Ja, es hat keinen Sinn. Ich kann nichts machen. Hm, was machen wir denn da? Ich kann höchstens off- Oh, die Zeit ist eh gleich abgelaufen. Ja, ich kann nur versuchen, off-screen den umzuboxen. Ja. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Alles andere, ich kann nichts machen. Ich krieg den sonst auf keinen Fall tot. Ja, guck mal, was der mir für ein Damage reinhaut. Der macht dich fertig. Ja. Ey, Mann, das... Alter, okay, Leute, ich versuche den off-screen umzuboxen und dann geht's dir beim nächsten Mal weiter. Tschüssi. Tschüssi. Ich versuche ihn. rainhaut organiziert. Und da? Alle şurchalo ich kann. Trock versuch dich auf os wa naar child dieses Video Lew-Fi.